Herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy 13-2. So, wir sind noch in der Trainingsphase und währenddessen untersuchen wir mal hier diese Kaktor-Statuen, damit wir das Siegel brechen können für das ID-Portal. So, mysteriöse Aura, so büren wir es mal. Ein weiterer Kaktorius. Bleib gut stehen. So. Angriff. Mach ihn fertig. Oder zumindest greif ihn an. Grüne Trilith. Und Delta Offensive. So, unser Chocobo fängt mal die ganzen Attacke ab. Dann können wir ihn gut angreifen. Na, komm schon. Los, Serra. Na, komm schon. Bisschen noch. Bisschen. Und das war's. So, all den Kaktorius besiegt. Und das Ding da hinten ist anscheinend immer noch mit einem Siegel. Ist so nicht gebrochen. Jetzt muss es nur noch irgendwo eins geben. Bloß wo? Wo gibt's da noch eins? Also, wir haben jetzt hier eins gehabt. Da oben, glaub ich, gibt's keins. Gibt's hier vielleicht eins? Keine Ahnung. Da unten vielleicht. Ich geh mal ein bisschen nach da unten. Vielleicht sehen wir da noch eine Kaktorstatue. Gut, links ist anscheinend keine. Na, was denn? Äh? Ein Blatt, Chocobo! Chocobo! Yay! Oh, bitte lass dich zähmen. Der verteidigt sich. Okay. So, selte Offensive. Wow. Yeah, unser Chocobo hat... Wow, fast 6000 Lebenspunkte. Los, schrei mal, Chocobo! Alter, der zieht doch richtig viel ab. Wow. Noel, du stehst ungünstig. Nein, das ist nicht selber ungünstig. Ansporn. Oh, oh. Na los, viel hat er nicht mehr. Macht's ihn fertig. Nein, er ist nicht gezähmt worden. Verdammt. Schade, du bist so eine billige Chocobo-Fäde. Oh, Mann. Gut, also... Spring. So. Na. Gut. Da gibt's anscheinend nur eine rote Traktor-Stör-Tool. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Portal. Vielleicht ist da oben noch irgendwo eine. Und wieder mal ein Kleinküßchen. So. Die zerfetzt mal natürlich ein Vorbeigehen. Das war's nicht. Jo. Genau. Ach, wie so schön, wie die heute da stehen. Man bringt's so rundum, schlag richtig schön. So. Und weiter geht's. Und heps. Äh, verdammt. Ich bezweifle, irgendwie, dass da oben so ein Traktor steht. Koukabou. Koukabou. Ja. Und jetzt den da. Stirb. Gut, dann hier weiter. Oh. Ich glaub, das Portal ist das Siegel gebrochen. Nee, ist es nicht. Verdammt. Das hat aber gerade so ausgeschaut. Hä? Oh. Ein roter Chocobo. Den haben wir ja schon. Aber den können wir nebenbei mal köpft machen. Der bringt ja auch ein paar Kasselpunkte. Los. Das bringt's in Schock und dann kriegt er mal ein Meteor-Sperr ab. Trisorster. Grüne Trilid. Trisorster. Ah, toll. So, noch ein bisschen. Meteor-Sperr. Yeah. Eine Chocobo-Feder. So, wo ist jetzt diese eine Charaktor-Statue noch? Das kann jetzt lustig werden. Ich bin ja fast schon versucht, irgendwo mal ins Dorf zurückzugehen und dort zu schauen. Und da oben steht sie glaube ich auch nicht, oder? Steht die da oben? Das seh ich bald richtig. Ich glaube, da steht sie nicht. Oh Gott. Hier. Alright. Yeah. Too easy. so gehen wir jetzt trotzdem mal nach da oben vielleicht können wir hier sehen wo sie steht so da stehen die zwei da müsste irgendwo da drüben vielleicht eventuell einen stehen weil hier steht sie nicht und der scheiß siegel ist immer noch nicht gebrochen die muss irgendwo dastehen in dem bereich da drüben haben wir sie schon alle also zwei sagen wir mal so ich glaube dass es drei sind ich weiß es nicht auch ein roter chocobo es ist ein rieserster hörst du auf jetzt los Noel komm schon los jetzt mach das kalt fühlt sich anders was ist das Problem hier Mark Schauen wir uns. Es wurde in so einer Artifakt nicht öffnet. Wir müssen in diesem Zeitpunkt suchen und brechen den Lock, der ihn findet, Kubo. Wenn wir dieses Garten öffnen wollen, müssen wir finden und brechen den Lock, der ihn öffnet. Kein Artifakt kann dieses Garten öffnen. Aber ich habe keine Ahnung, wie viel es gibt und wo die sind. Zwei haben wir schon mal gefunden. Ja, ein roter Chocobone. Müssen wir jetzt noch mal machen. Da unten sind sie auch nicht. Hm, da ist wieder der rote Faktor. Ein Goblin. Stirb, Großmeister. So, weiter suchen nach der Statue. Da ist sie nicht. Ho. Da steht auch keine rum. Hm, wo kann die Statue sein? Hier steht doch auch keine. Hä? So ein Charakter. Ja gut, den müssen wir jetzt nicht unbedingt besiegen. Im Dorf steht ja keine, soweit ich weiß. Hm. Verdammt. Wo steht diese eine, äh, scheiß Statue? Das gibt es doch nicht. Da stehen zwei. Drei. So, erwischt. So, stirb jetzt mal. Gut. Und jetzt mal weiter suchen. Wo könnte die stehen? Zack. Aber erstmal kurz speichern. So. Gespeichert. Verdammt. Die fällt überhaupt nicht auf. Ach. Die drei Dinger wieder. Oder zwei. Zwei. Gut. Gut. So. Die stehen irgendwie in einer Linie zum Siegel. Müsste dann das vielleicht theoretisch hier irgendwo sein. Da unten steht es nicht drin. Boah. Das wird jetzt ein Spaß werden. Es kann natürlich auch sein, dass diese eine Statue, oder, es sind mehrere Statuen, ich weiß es ja nicht. Dass die noch gar nicht materialisiert ist und wir es noch mit dem Muck die materialisieren müssen. Dann sehen wir die natürlich auch nicht so leicht. Gehen wir mal da runter. Gehen wir mal da runter. Da steht es ja auch nicht. Verdammt. Wo ist diese Scheiß- Pfff. Stadthool. Das kann auch nicht sein. Hm. Ich schalte es trotzdem mal da drüben nochmal. Die muss dort irgendwo rumstehen. Hm. Gibt es doch nicht. Der Lein Kusschen. Die nehmen wir natürlich mit. Die geben Punkte. Ja. Gut. So, weitersuchen. Das gibt's doch nicht. Wo steht denn das Ding? Oder die Statuen. Wo stehen die? Hier ist auch nichts mehr. Hier ist bloß die rote. So, noch das eine kleine. Hier. Zu leicht. Hier steht ja weit und breit keine Statue, keine grüne. Vielleicht da oben irgendwo. Aber da hat man es ja auch schon gesehen. Klein Küsschen. Ruhe. Stirb. Die Dinger tun einem fast schon leid. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn dieses eklafte Scheiß Ding, Mann? Da steht nirgends wo so eine Scheiß-Kaktor-Statue. Weißt du was? Ich benutze mal das rote Ding da. Da schauen wir in den Jäger-Sideon nach. Ja, berühmt bitte. Bernstein-Kristall. Cool. Ach so. Berührt. Berührt. Noch nicht berührt. Ach so. Ja gut, dann. Berühr mir das Ding auch mal. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Der Sturm ist weg. Ich weiß nicht, wie ich euch auch zu bedanken. Gib mir einfach all dein Geld. Nein, Spaß. Da ist bloß die Schokolade. Wo ist denn das Ding? Egal, fliegen wir mal da rüber. So, nervt's mal nicht. Ich würde jetzt eigentlich mal das Ding da öffnen können. Die singt da die ganze Zeit. Im Hintergrund. Lass mich in Frieden. So, das haben wir noch nicht berührt. Und das Siegel ist noch da. So, berühren bitte. Azur-Kristall. Ja, du bist da fluffy. So. Ja, ich weiß, dass ihr Wolle sammelt. Meine Güte. So, wir haben jetzt alle drei aktiviert. Hm. Fragment Etrus-Prophezeiung. Azur-Kristall. Statue der Erinnerung. Im Zentrum von Valhalla steht Etrus-Tempel. Darin befindet sich der Thron der Göttin, der stets verlassen ist. Niemand weiß, wie lange der Tempel der Göttin dort schon entsteht. An einem Ort, an dem keine Zeit existiert, hat diese Frage jedoch keine Bedeutung. Manche glauben jedoch, dass die Göttin den Tempel eigenhändig erbaut hat. Und zwar als Gefängnis für einen im Vergessenheit geratenen Feind. Achja, cool. Bernstein-Kristall. Valhalla, wo der Tempel der Göttin steht, schwimmt auf dem unendlichen Ozean des Chaos, in dem alle Dinge vergehen. In dem alle Dinge vergehen. Aha. Das Chaos kennt keinen Anfang und kein Ende. Wer in den Ozean fällt, ist dazu verdammt ewig in dem Spalt zwischen Leben und Tod durch die Leere zu treiben. Der Ozean des Chaos hat das Podest der Zeit überflutet. Dort, an diesem heiligsten Allerheiligtümer, betrat die Göttin Ethro zum ersten Mal das unsichtbare Reich. Doch als ihre Kräfte schwanden, versankt der heilige Ort, an dem ihre Füße den Boden berührten, in den finsteren Fluten. Aha. Na gut. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge suchen wir weiter nach dieser einen Kaktor-Statue. Also ich schätze mal, dass es jetzt drei sind, weil es sind drei rote, dann gibt es vielleicht auch drei grüne. Und ja, für diese Folge bedanke ich mich fürs Zusehen und dann bis zur nächsten. Ciao Leute. Ciao Leute. WESITER